Hallo ihr Lieben, ich bin Renate und das ist unser Kater Samy, der uns gerade noch ganz, 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 ganz viel erzählt hat. Jetzt ist er wohl stumm, so lange er nichts zu sagen hat. Wir haben hier ein Bastelset oder auch für Schneiderinnen, SchneiderInnen. Egal, jedenfalls, es sind jede Menge Knöpfe erstmal, wirklich viele, viele, viele Knöpfe. Natürlich kann man die annähen an Kleidungsstücke, logisch, aber wer Bastler ist, der weiß es. Knöpfe nehmen wir auch gerne zum Verbasteln hier als Dekoration auf Karten, auf Boxen und so weiter. Aber wie gesagt, auch für alle, die stricken, häkeln, schneiden, wie auch immer, es sind winzig kleine Knöpfchen, seht ihr die? Winzig kleine Knöpfchen, riesengroße Knöpfe und alles dazwischen. Außerdem noch, diese hier sind eigentlich extra gemacht für Bastler, aber man kann sie natürlich annähen, ganz klar. Ich stelle mir vor eine hübsche Strickjacke und dann mit diesen tollen Farben, jeder wie er möchte, noch mehr, noch mehr Knöpfe, noch mehr Knöpfe und noch mehr Knöpfe. In allen möglichen Farben und Formen, also durchsichtige und und und. Also all diese Knöpfe kommen und dazu kommt dieses Bastelfett, da ist jede Menge drin. Ich habe damit auch schon mal was gebastelt, aber natürlich ist da noch viel drin. Es ist ein bisschen nostalgisch und es geht ums Schneidern. Ihr seht hier Kartonnage, das ist richtig, ach der Karton, ich denke 300 Gramm, mit Schnittmustern drauf. Hier sind so, wie heißen die Röllchen mit Garn, hier ist sogar Zentimetermaß dran, verschieden. Sieht aus wie Stoffe, ist natürlich nicht Stoff. Dann hier vorgestanzte Teile zum Ausdrücken. Hier ist eins von den Teilen, genau. Da ist eine nostalgische Nähmaschine drauf. Hier rum gehört die. So, so macht es Sinn. Ja und wie gesagt, Stoffe und Herzchen und alles mögliche. Und hier diese Schneiderbüste. You're so special. Also du nähst so speziell oder du bist so speziell. So kann man es dann auch sehen. Dann hier sind ja auch so eine Art Knöpfe dabei, aber eben aus Karton, ganz süß. Hier ein großer Knopf. Der wird natürlich nur beklebt. Den kann man nicht auf Kleidung machen. Hier ist auch nochmal just das Special. Und weiter. Hier sind ganz, ganz harte Kartonnagen. Hier kann man zum Beispiel Garn auffädeln, indem man das auch noch rausbringt. Wie heißt das denn? Na ja, so ein Ding, wo man Garn oder wo alle drauf auffädelt. Und schöne Hintergründe. Da weitere Knöpfe. Alles kommt da rein. Da habe ich mal ein Stückchen von gebraucht. Dann ist hier noch ein ganzes Heftchen mit hübschen Papieren. Die alle in Kleinformat und eben vielleicht 80 oder 100 Gramm. Weiß nicht. Ja, und weitere Kartonnagen. Ganz süß. Hier sind so auch wirklich nostalgisch. Hier 50s, Mode. Also auch für Leute, die sich dafür interessieren. Rockabilly und so weiter. Hier sind auch so ein paar Muster, was man damit machen könnte. Ach ja, hier haben sie uns aufgefädelt. Kannst du das reinholen? Hier hat man so Satanbändchen aufgefädelt auf eben die Karte, die ich da gezeigt hatte. Sagst du, wenn du es hast? Ich hab's. Gut. Hier sind auch noch kleine. Ist alles ausgestanzt. Schon mal muss man rausdrücken. So kleine Bogen mit. Ist wirklich ganz süß, aber ich kenne leider niemanden mehr, der schneidet. Ich selbst tue es auch nicht hier richtig schicke Damenmode aus den 50er, 60er Jahren. Also wie gesagt, wer sich für Rockabilly und so weiter interessiert. Dann kleine Tags, also Anhänger. Oh nein, das sind ja sogar kleine Karten, die man so, wie soll ich das erklären, wenn nicht bastelt. Also es ist ja, wie gesagt, ausgestanzt. Man muss es nur, ich zeige es jetzt einfach mal, man muss es nur rausdrücken. So, und dann ist das hier auch vorgefalzt. Man kann, nee, ist nicht gefalzt. Man kann die praktisch jetzt knick, knack, knick, knack hin und dann hat man eine Karte zum Hinstellen, eine kleine Karte. Oder man schneidet die einzeln ab und macht auch verschiedene Karten. Hier sind auch ganz einfarbige Karten, alles passend, alles schön, alles ein bisschen nostalgisch, in die Zeit passend. Ich hoffe, man kann das sehen. Ja, nochmal so, noch mehr von diesen dicken Karten hier. Die sind wirklich hart. Ja, an das, all diese Knöpfe und dieses schöne Schneider-Set zum Bebasteln, Verbasteln kann einer von euch gewinnen. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran, jemand, der strickt und bastelt und oder, aber es ist keine Kunst damit, Karten zu machen, wirklich. Also, ich glaube, da fällt jedem was ein, zumal da ja auch so ein Muster bei ist mit vielen hübschen Ideen. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß daran, ich wünsche euch viel Glück und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis demnächst. Tschüss.